Du hattest recht, Genki. Der Underground ist überall. Sie sind also überallgrund? Nein. Der war wirklich schlecht. Das steht unter Strom. Das hat gezwiebelt. Dein Anzug sagt, das waren 300 Kilojoule. Und du sagst nur Au? Vorteile der Bioelektrizität schätze ich. Der Strom muss irgendwo herkommen. Kannst du die Stromquelle sehen? Noch nicht, aber die Kabel führen bestimmt hin. Elektrifizierte Absperrung. Kompliziert. Vielleicht sind sie nervös, weil jemand in den Fisk Tower eingedrungen ist. Wer würde so etwas tun? Mir gefällt es hier besser als im Fisk Tower. Er ist zu uns. Ja. Verlust uns. Er lässt uns schwach aussehen. Deshalb töten wir ihn. Hier sieht's richtig toll aus. Ist dir irgendwo ein Phantom? Er lässt um? Du schommst. Wir machen dich klar. Es war durch zum Fuß. Was? Haltet ihn vom Nu vorm Fern! Er ist verletzt! Geschafft! Jetzt zapfe ich den Generator ab. Was? Okay, abgezapft. Alles gut. Jetzt zu den anderen. Jetzt sind Spiderman und Ratsom gegen uns. Nicht ein gutes Tag heute. So. Jetzt sind Spiderman und Ratsom gegen uns. Nicht ein gutes Tag heute. So. Spiderman. 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 Ich wusste, ich schaff das. Beides. Wie wir heute, uns schon auch nachmachen, bevor wir es bekannt waren. Das war vorher. Es zählt nur das jetzt. Es zählt nur das jetzt. Alle haben hier zuvor. Spiderman. Sie weiß besser als alle anderen, wogegen wir kämpfen. Tja. Das war's für heute. Er geht nur! Einer nach dem anderen. Ich hab hier was für dich! Komm und riecht in die Quere, Spider-Man! Ich bin eingesponnen! Wir haben ihn verletzt! Weiter! Ist das sein? Du bist ja ewig, Spider-Man! Das soll ich mich verrückt machen! Gegen dich verliere ich nichts! Kein Underground... ...und bald auch kein Generator. Da muss noch einer sein. Zwei sind leer! Ich habe ihn nicht überlaufen. Die Reine sind auf Spider-Man! Die Reine sind auf Spider-Man! Kopf hoch! Der! Es war dumm, wenn wir den Zug für den Zug sind. Unten bleiben! Du bist schwach! Wir machen es! Du bist caught! Das war's. Die Absperrung ist ohne Strom. Bereit zum Zerschmettern! Das war der Weg ins große Auditorium. Jetzt ist er versperrt. Ups. Vielleicht gibt's ne Treppe. Oder einen Aufzug. Muffig. Super. Der Underground kann nichts vor mir verstecken. Muffig. Hey, ich hab überlegt. Was, wenn du Finn sagst, dass du Spider-Man bist? Hey Finn! Ich bin nicht nur ein Lügner. Ich unterwandere deinen Club, um dich aufzuhalten. Okay, ja. Daran müssten wir arbeiten. Das gepanzerte Silo wirkt vielversprechend. Dagegen sieht meine Gaming-Ausstattung ja mal richtig alt aus. Ja? Finn macht hier echt auf Superschurkenhüll. Siehst du das riesige gepanzerte Behälter-Ding? Absolut nicht verdächtig. Ob das Nu-Form da drin ist? Für eine Vermutung, ja. Und diesen Behälter führen Kabel weg. Ich frag mich. Ricks Erfindung. Krieger kennt sich mit Nu-Form nicht genug aus, um mehr zu machen. Finn schon. Sie weiß, wie die Reaktionsfähigkeit funktioniert. Nr. 1. Nr. 1. Jetzt noch die anderen. Warum sollte ich Ihnen sagen, dass ich Spider-Man bin? Ich glaub, das gefällt dir... gar nicht. Machen wir eine Pro- und Kontra-Liste. Pro, sie ist deine beste Freundin. Außer mir. Kontra, sie ist Tinkerer. Pro, mit ihr zu reden ist einfacher, als weiter heimlich zu agieren. Kontra? Der andere Spider-Man war deutlich. Sag niemanden, wer du bist. Du hast es mir gesagt. Wenn sie weiß, dass sie gegen dich kämpft, überlegt sie sich vielleicht alles nochmal. Vielleicht hast du recht. Okay, das sind zwei. Hoffentlich geht das gut. Das kann schon groß passieren. Sagt der Typ, der 30 Blocks weg ist. Die Wand. Sie bricht ein. Das war's, wach ich. Finn hat neue Waffen gebaut. Extra gegen mich. Vermutlich sollen ihre Leute mich im Auge behalten. Es sind drei. Noch eine. Der hinten ist ein Generator. Aber die Kulissen sind im Weg. Das ist gut. Ich seh mir fest. Okay, was hast du vor, Finn? Finn pumpt Energie in der Snoovo. Das macht es instabil, wie bei meinem Venom. Was die Brücke gesprengt hat. Und jetzt? Will sie das Theater hochjagen? Nicht das Theater. Roxxon Plaza. Wow, was? Das ist... Wie kann sie... Sie ist noch geschlossen. Es sollte keine Opfer geben. Aber ich darf das nicht zulassen. Ich nehm das nur vor. Komm schon. Komm schon! Komm schon! Mist, Mist, Mist! Ausschwärmen! Er ist hier irgendwo. Ich muss das Nuform holen. Danach ist ihre Leuchtstammarmee dran. Nur, um's mal zu sagen. Was, wenn Finn recht hat und das der beste Weg ist, Roxxon zu schlagen? Finn will nicht nur eine Fensterscheibe einwerfen. Sie will ein Gebäude in meinem Block hochjagen. Wenn dabei irgendwas schief geht, werden Menschen verletzt. Ich kann das nicht zulassen. Du hast recht. Bringen wir das Nuform hier raus. Ein Problem weniger. Ein Problem weniger. Und ausgenockt. Und ausgenockt. Was? Ich bin sicher dabei. Unsere Pläne werden hilfreich. Ach Gott! Du kannst ihn schlafen! Er packen! Wir geh' in Dschwennstraße! Wir schlafen! Aber du hast das Geld dir? Wir schlafen! Ja, du hast das Geld! Rischat? Wir schlafen! Ja, du söcht! Wir schlafen! Wir schlafen! Ich schlafen! Was? Ich habe keine Ahnung, was Dedeka hat gegen uns. Hier ist niemand. Alles absuchen. Du musst schneller sein. Das hast du nicht gerechnet. Du bist doch still, Jose. Ist du noch da? Zieh mal jemand nach ihm. Ich sehe ihn nach. Ah, Leute. Ich glaube, Spider-Man macht uns fertig. Wir wollen hier nichts tun, Spider-Man. Schlafen. Wir sind in der Überstattung, meine Damen. Schlafen. Wir sind in der Überstattung, meine Damen. Beantwortet nicht. Zieh mal jemand nach. Okay, bin dabei. Hey, ich brauche Hilfe. Wir sind in der Überstattung. Wir sind in der Überstattung. Wir sind in der Überstattung. Du schlägst. Du hast deine Zeit, Spining. Du hast deine Zeit. Fiesta-Zeit. Der echte Spider-Man würde sich nicht verstecken. Ich wusste, ich schaffe das. Selbst Spider-Man ist für sowas nicht bereit. Wer nimmt, zerspattert das. Gut, mach weiter so. Gib mir das Nu vor und wir sparen uns das hier. Lass ja die Hände davon. Geiles Gefühl. Lass ihn nicht an das Move aus. Okay, und jetzt zum Nu vor. Okay, ruhig. Oh nein. Das kannst du nicht haben. Hey! 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 Ich will doch nur reden! Tinkera! Stopp! Damit du meinen Nu vorum stehlen kannst? Das hättest du wohl gern. Hey, Genki! Hab Fim getroffen! Was ist los? Sie hat das Nu vor. Ich folge ihr quer durch Manhattan. Shit, okay. Wie willst du sie aufhalten? Schritt 1? Fange sie! Schritt 2? Ich meld mich wieder! Los, los, los! Ab! Das ist zwischen mir und Brobson! Wie wär's mit einem Gespräch? Wie wär's, wenn du aufhörst zu klammern? Wieso wird's hier nicht müde? Es läuft! Nichts! Gut! Wo bist du? Keine Ahnung! Ich weiche Explosionen aus! Ich brauch ne neue Strategie! Ich mach, was du gesagt hast! Hörst ihr die Wahrheit an? Ja! Sobald ich sie habe! Tinkera! Ich muss dir etwas sagen! Mach langsam! Hältst du mich mir blöd? Es ist wichtig! Ehrlich! Zurück, Spider-Man! Oh shit! Nicht gut! Gar nicht gut! Ich hoffe, der Schiff ist okay! Ich hoffe, der Schiff ist okay! Ich bin doch eingefallen! Ich bin ja nicht gut! der Schiff ist okay! Ich hab im Grunde Meine Mom würde sich aufregen. Miles? Könnte mir... Ihr zwei ab, bleibt da! Keine Bewegung! Hätte... besser laufen können. Hat wohl ne Rippe erwischt. Oder drei.